So Herr Gabriel, Sie stellen ja heute Ihr Buch vor, Neuvermessungen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Na ehrlich gesagt, gehen einem ja viele Dinge durch den Kopf und die Welt verändert sich so dramatisch, dass wir in der Politik natürlich nachdenken, was heißt das eigentlich für Deutschland, für Europa, für das Zusammenleben. Und es passieren wirklich viele, viele Sachen, die in einer Geschwindigkeit sich verändern, wie wir sie vorher nicht kannten. Die Welt wird nach meinem Eindruck an ganz unterschiedlichen Bereichen neu vermessen. China, Asien wird größer, Lateinamerika wird größer, Afrika, wir kleiner. Die Digitalisierung verändert dramatisch die Welt. Wir erleben, dass sie sich auch geopolitisch verändert, militärisch verändert. Also es gibt sehr, sehr viele Veränderungen und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland. Wir haben das ja dramatisch erlebt beim Thema Flüchtlingszuwanderung. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die uns unmittelbar betroffen. Und ich habe einfach gedacht, ich schreibe mal auf, was mir durch den Kopf geht. Und wie ist es für Sie heute in Ihrer Heimatstadt Goslar, das Buch vorzustellen? Bin ich schneller zu Hause. Also das macht natürlich Spaß, weil ich in der Stadt hier aufgewachsen und geboren bin, hier lebe. Insofern ist es eine schöne Geschichte, das auch mal hier zu machen. Wie sehen Sie momentan die Entwicklung in Nordkorea? Das ist ein Punkt, der ja durchaus zu dieser Veränderung in der Welt gehört. Wenn es diesem Land gelingt, sich im Besitz von Atomwaffen zu bringen, dann werden viele andere diesem Beispiel leider folgen. Zuerst natürlich Südkorea, Japan, andere im Pazifik, vielleicht aber auch in Afrika. Und dann werden unsere Kinder in einer ziemlich gefährlichen Welt aufwachsen. Ich wollte nochmal ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen. Sie sind ja als Außenminister sehr viel unterwegs, reisen durch die Welt. Muss man sich das so vorstellen, Sie sitzen im Flieger und machen sich so ein bisschen die Gedanken und schreiben das dann runter? Oder wie funktioniert das? Das Buch ist entstanden, bevor ich Außenminister wurde. Ehrlich gesagt habe ich es über Weihnachten, Silvester geschrieben im letzten Jahr. Also danach arbeitet man da immer wieder ein bisschen dran. Aber das Grundkonzept ist in wenigen Wochen entstanden. Und ich habe eigentlich das aufgeschrieben, was so in den letzten Jahren ich als Erfahrung gesammelt habe und die Schlussfolgerungen daraus. Und dann hat es natürlich immer wieder nochmal Änderungen gegeben. Aber eigentlich ist das Buch selber in der Weihnachtszeit geschrieben. Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview.